Willkommen hier wieder zurück zu Metroid Prime Remastered und... Schade, das schaffe ich noch gar nicht. Da habe ich mal die Hoffnung, dass ich es schaffe und dann... Nö. Okay, also. Wir wissen jetzt, wie wir Benditium klein kriegen. Und das ist ein sehr wichtiger Fakt. Und ich glaube, jetzt können wir nämlich auch hier lang. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ah. Denn hier kamen wir ja die ganze Zeit nicht lang. Ah doch, das hatten wir schon. Ah stimmt, hier waren wir schon mal, aber... Ah, genau. Dann war ich gestorben und dann fehlte mir diese Erkundungstour. Okay. Ne gut, dann passt das. Dann war das hier nicht... Aber wo war denn dann die Stelle? Ich glaube, im Feuer war das, ne? Äh, lass mich durch. Aber selbst dann war es ja noch eine andere Stelle, wo wir jetzt lang können. Nee. Und zwar... Gab es doch... Gab es doch... Hier noch was. Ich glaube jedenfalls, dass es hier war. Schade, dass sie die Räume nicht so miteinander verknüpft haben. Dass man sehen kann, ach, ich komme da raus. Vielleicht haben sie es und ich habe es noch nicht gesehen. So. Es ist jetzt wieder so ein elendig langer Weg. Hier lang. Mach ich. Na. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da könnte ich ran, aber nö. Kann ich dann doch nicht. Eingehende Scandaten. Spektrale Felder. Okay. Da lang? Oh mein Gott. Oh, den ganzen Weg. Südliche... Shoso-Ruinen. Wir sind doch in den Shoso-Ruinen, oder? Was ist da hinten hin? Komme ich da so einfach hin? Ja, gut. Komme ich rein theoretisch hin? Ja. Mit ganz viel Überzeugungsarbeit. Oh mein Gott. Ist das ein weiter Weg. Ein Elendig weiter Weg, ne? Ah, ich weiß jedenfalls, wo wir lang konnten. Wie gesagt, dann in der Feuerwelt. Hier komme ich zur Feuerwelt, ne? Genau. Höhlen von Buckmore. Hier gab es natürlich auch... Ach, komm. Hier war es mir die Höhlen von Buckmore. Ich habe zwar mein nächstes Ziel. Aber ich weiß ja auch, dass hier unten was war. Und zwar einiges. Ich habe es mir die Höhlen von Buckle. Na komm So, hier durch Schön, dass ich da so viel Energie verloren habe, finde ich gut So, hier durch Ich glaube, hier waren jetzt keine Dezium-Reste So, hier hüpfen wir einfach mal lang Oh Einfach mal hier durchrushen Genau, hier hatten wir was Hier ist ja noch irgendeiner Hinten war das nicht Hier war, glaube ich, nur ein Safe-Point, glaube ich Oh, da war hier der Weg Ich weiß es jetzt gerade nicht War ich hier der Weg? Ja, kommen wir zum Talon-Oberwelt Wüste Hava-Pumpenbecken Ja, da könnte auch was sein Aber das war hier in dem Raum Pass, also ich muss zurück Wahrscheinlich sind ja jetzt auch die Gegner wieder da Moment, der Raum ist viel zu groß Indizium Ich spreade auf Ich spreade auf Ich spreade auf Jetzt bin ich mal neugierig, was der jetzt kann, der Ice-Spreader. In der falsche Richtung. Der Raum kam mir halt gleich schon so klein vor. Wo ist denn der andere? Hm, der andere ist irgendwie nicht da. Und tschüss. Klar, es kostet nicht Raketen, aber hey. Eine Güte, wir haben's doch. Möchte gerne wissen, was da jetzt ist. Kann ich jetzt irgendwie so rüberkriegen, das wäre cool. Nein, wow, 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 wow. Also überall, wo wir Bendetium sehen als... Ich sag jetzt mal Schwachstelle. Können wir das nutzen. Power-Bomb-Contina erhalten. Okay, und das sind jetzt... Wird natürlich nicht angezeigt. Ja. Stopp. Ah, doch da lang. Wo wäre ich denn da rausgekommen? Wartet mal, wo wäre ich denn da rausgekommen? Hier komme ich zur... Eiswüste. Westlich. Westlich, westlich. Westlich von Talon. Ah, achso. Okay. 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 So, hier. Da komme ich noch nicht weiter. Das bringt mich also nicht weiter. Höchstens da würde ich weiterkommen. Könnte da was sein. Ne, da. Ah, Lagerhöhle. Ich renne einfach mal durch. Ich renne einfach mal durch. Wie? Ich glaube, mich das noch was mit Pendizium war. Oh Mann, ey. Wie ich das überhaupt nicht mehr weiß. Es wird hier echt so ein... Kartenmarkierungssystem oder sowas. Durch da. Ja, Feuerwesen. Und so. Okay. Jetzt sind wir für ein Raketenpack dahin. Okay, nein. Wir sind ja nur noch für ein Raketenpack. Für einen, ähm... Powerbombcontainer dahin. Aber es ist ja jedenfalls etwas. Wobei, nein. Stopp. Wir sind ja auch noch für den... Super... Super... Mega geilen, äh... Ja. Guck mal, ob wir hier noch irgendwas finden, was Pendizium sein könnte. Aber hier ist nix. Okay. Lass sie wieder nach oben und den normalen Weg gehen. Uah. So viel dazu eben in einer Abkürzung finden. Ha. Jetzt guck genauer, wo du lang musst. Links. Mit viel Glück könnte ich auch... Ne, da komm ich niemals mit der Abkürzung, oder? Ah, nee. Okay. Oop. Oh. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt schaffe. Negativ, Wasser ist unbelastet. Was ist immer da? Sonst ist hier weiter nix. Daraus durch. Und wo sind die schon so Geister? Finde ich gut, dass keine da sind. Okay. Ähm, machen wir es mal so. Ui. Okay, jetzt ganz schnell gucken. Wo muss ich lang? Links und da. Tada, ich bin weg. Das ist echt nix, wo ich mich dann hochziehen kann. Mann. Äh. Komm, Mann weg. Weh. Danke. So, wollen wir mal hier mal nach Bendizium gucken. Können wir hier irgendwas mit Bendizium finden? Nein, ich weiß, ich muss da lang. Wir gehen hier schnell durch. Okay. Okay. Now, come. Okay. 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 Na komm, Mist. Okay, da ist die Spur. Die Spur geht. Da entlang, aber warum, damit man da drauf landet? Dann geht es da entlang. Wie komme ich da hoch? Da komme ich aber scheinbar auch nicht raus. Hmm. Wie muss man da hochkommen? Ich habe mir nur die Frage, wie. Oh, das war knapp. Komm ich da irgendwie hoch, ohne dass ich dieses Ding hier benutzen muss? Ernsthaft, ihr wollt, dass ich das benutze? Oh, Mann. Okay, danke. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge. Dann kommen wir endlich mal Richtung des Signals. Ich bedanke mich ganz herzlich, ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Ich bin ich... Ich bin ich... Untertitelung des ZDF, 2020